Der Flughafen Stuttgart hat auf dem Vorfeld eine ganze Reihe von Fahrzeugen, die heute teilweise als Hybridfahrzeuge angetrieben sind. Wir wollen auf Elektromobilität umsteigen, sobald wir sicher sind, es funktioniert. Deswegen machen wir diesen Versuch mit Flugzeugschleppern, mit Gepäckschleppern, mit einem Elektrobus und wir sind gespannt, dann Erfahrung zu sammeln. Sind die Geräte alltagstauglich? Sind sie mitarbeiterfreundlich? Wie bewähren sie sich im Betrieb? Und natürlich auch die spannende Frage, was kostet das Ganze, was bringt das Ganze? Vielen Dank.